Untertitelung des ZDF für funk, 2017 über Dr. Reich zu erstellen. Sonst noch was, euer Ehren? Machen Sie ihm klar, dass er sich ohne einen Anwalt mit Sicherheit sein eigenes Grab schaufelt. Das Leben und die Gesellschaft lehren uns dies zu fürchten. Langsam entwickeln wir Blockaden. Eva? Dein Vater hat sich seinen Traum erfüllt, inmitten der Natur das Leben zu erforschen. Fantastisch. Wie kommen Sie voran? Ich denke ganz gut, allmählich vertraut er mir. Gibt es über diese Sexkisten etwas zu berichten? Was glauben Sie, warum Sie hier sind? Ich glaube nicht, ich weiß es. Ich kann nicht, es schmerzen. Das Problem ist hier oben! Bring mal ins Hürden! Kommen Sie weg da! So was wie Sie gehört verhaftet. Dr. Reich, wir überprüfen, ob Sie diese Akkumulatoren noch verwenden? Vater, bitte. Es ist schlimm genug, dass man dich als Arzt boykottiert. Dr. Reich, ich würde Sie gern verstehen. Lesen Sie meine Bücher! Sie sind doch keiner von diesen Voodoo-Typen, Herr. Bitte! Meine Bücher! Wer ist verrückt hier? Dieser Fall stinkt doch zum Himmel. Entschärfen wir die tickende Zeitbombe. Ich liebe dich, Wilhelm, aber ich muss dich verlassen. Sind Sie jetzt zufrieden? Geben Sie mir oder sich selbst keine Chance, dann verfolgen Sie eigentlich meinen Prozess? Was für eine Chance habe ich? Geben Sie mir oder sich?